Yo, Leute! Freak, Freak, Freak am Start! Heute mit einer Bug5 Challenge! Mit meinem Bruder. Sag mal, hallo! Okay, also, wir beginnen. Jeder, also hier liegen Sachen rum, kann man jetzt nicht sehen. Auf jeden Fall, jeder darf sich, wenn nach einer Zeit, jeder hat drei Joker, darf sich einen Joker suchen. Ja, also, der Verlierer, der wird bestrafen natürlich, ne? Bestrafen kommt noch. Ja. Okay, dann, let's beginn! Okay. Die sagen nicht zu hart, weil, ihr weint so schnell. Digga! Ah! Oh! Ah, okay, nicht zu doll. Die wird Zeit für meinen ersten Joker. Oh nein, ich hab meinen Joker vergessen! Ich hab hier nur Unterhose. Ah, nicht zu doll! Ich hab hier nur Unterhose. Aber nicht doll! Ja, okay. Damit werde ich ihn jetzt schlagen. Ah! Okay, ich mach nicht zu doll. Okay, nicht so wie gerade. Ich weiß, wir haben das trainiert, aber trotzdem! Okay, hallo, Jaden, Hände weg, sonst wird's doch wiederholt, ne? Hallo! Du bist so doll immer! Ich mach nicht so doll. Du darfst auch doll machen bei Bestrafen. Hallo, Junge! Nein, du bist doll! Okay, ich mach nur so, ganz leicht, ja. Oh! Das war die erste... Der erste Joker von mir. Ich bin Joker! Okay, welchen Joker nimmst du? Auch die Unterhose. Okay. Hast du die jetzt mal gefalten? Okay. Das tut weh! Die hat nicht getroffen. Jetzt ist sie weg. Okay. Okay. Komm her. Ich hab nicht doll. Okay, weiter. Joker! Was nimmst du? Das Ding hier! Bist du jetzt nicht mit einem T-Shirt? Okay. So musst du jetzt wieder... Ja, warte, nein. Gerade das T-Shirt. Wie? Okay. Okay, aber... Einen Joker hast du noch. Hallo? Ich krieg schon wieder Angst. Ah! Übertreib doch nicht! Okay, Joker. Du musst die Kamera ein bisschen... Oh, nicht! Nicht Joker! Doch, Joker. Kannst du ihn in der Flasche? Ja, das ist zu leicht. Ich hau nicht mit meiner Käppi. Oh, nein! Nicht mit dem Käppi! Na, hier mit dem weichen Teil. Keine Sorge. Hier ist auch kein Ding dran. Hallo, Hände weg! Ja! Machen irgendwie das so. Ja, ja. Oh! Ich hab vergessen, was gerade doll gemacht. Weiter. Nicht zu doll. Ey! Chill! Ja! Komm! Meine Nase dick! Nein! Oh, du teubel! Ich bin mal überrasch. Du bist so dumme, ne? Ja! Ich schee doch jetzt mal. Ach, kromm! Mach! Ah! Ich weißt du doch nicht. Ich tu dich doch wieder in den Eimer! Das war sein letzter Joker. Sei doch, ruhig. Ich heb mal die Flasche auf. Geh mal die Flasche auf. Nein, ich mach die nicht! Nee, die ist jetzt weg! Die ist jetzt weg! Die hab ich schon benutzt. Die hab ich schon benutzt. Okay, weiter. Oh, macht er nicht so doll. Mal gucken, wer verliert. Wer bis einer aufgibt. Oh! Gibst du auf? Ich hab nämlich noch einen Joker. Ah! Soll ich meinen letzten Joker nehmen? Oder gibst du auf? Ich war dran zu schlagen. Hallo! Ich darf jetzt auch... Hallo, nicht wegzucken! Hey! Du hörst jetzt viel mal! Arschloch! Hey! Nicht wegzucken! Arschloch! Oh! Ich muss schon wieder, Alter! Hallo! Hallo! Du bist da aber rausgekommen! Noch! Noch! Ich... Ich würde sagen, ich nehme gleich den Joker, ne? Also gibst du auf! Oh! Ich nehme meine Jacke mit einem Reißverschluss! Ah! Gibst du auf! Oh! Hey, hallo! Ich bin Ronny! Nein! Ich war dran! Oh! Was darfst du mit einer Seite? Ach so, ok, weiter! Joker! Nein! Ist da was drin? Nein! Das fühlt eh nicht weg. Guck, da ist nichts drin! Doch! Da ist was drin! Nein! Das ist der Knopf, Junge! Guck hiervon! Ah! Knopf! Das ist kein Knopf! Das ist Seil! Guck! Komm! Tu es weg! Oder gibst du auf! Ich gebe auf! Bestrafung! Ok! Leute! Bäh! Ja, ich bin nicht mehr! Ok! Du bist strafend! Ah! Hör auf! Ich höre jetzt mal! Also! Du bist strafend! Du bist strafend! Ich! Du! Isst du was? Ich stelle dir jetzt ein Trinken her, oder? Ne, ne, ne! Du! Also! Du! Du! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Also! Ich würde sagen! Bestrafung ist! Ich! Hole jetzt! Ich! Bereite was schönes Leckeres zu trinken vor! Oh! Ne! Und das wird er dann trinken! Also! Will ich nicht kein Fleisch! Aber dann müssen wir jetzt weggehen! Ähm! Nein! Ok! Also! Also! Ich darf dir! Bestrafung! Du musst ein... Ah! Hundefutter darfst du nicht, ne? Überallgemein! Du musst... Ich hatte gerade noch Kaugummi! Ich muss ein Kaugummi essen! Nein! Ganz sicher nicht! Du kannst meine Rechnung essen! Hier ist ein Auszug von der Bank! Und mein alter Auszug! Viel Spaß beim Essen! Viel Spaß beim Essen! Weitere schön essen! Ess! Soll ich dir noch Capture holen? Nein! Oh! Hör auf! Du kannst halt auspringen! Alles giftig! Hier! Spuck aus! Es reicht! Okay! Leute! Das war... Das war's auch schon! Mit der Backpfeifen Challenge! Wie ihr seht, ist glaube ich... Wo zeigt man da die Seite? Das sieht man nicht! Auf jeden Fall! Das war's schon! Und... Ja! Ich würde sagen, das Intro, das kommt noch! Und... Ja! Ciao! Ciao!